Ich kann es nicht erkennen. Da kommt was. Ja, eine E-Lok. Tja Leute, es tut mir leid, E-Lok. Naja, besser als nichts. Schon wieder ein Gessler. Fährt aber langsam, ne? Dann, bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Naja, das ist die Unde. Und jetzt wieder. Dreh zu. Dreh an. 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 Cuts. Jetzt sahen wir doch schön alt aus, die Kessler. Von denen würde ich ja gerne morgen auf der Messe noch drei, vierer holen. Genau dieser Typ von Kesselwagen. Na, mal sehen.